So, weint heute. Aber erstmal was essen. Oder wir können auch erstmal eine Stunde meditieren. Auch mal gegen das ist das ganz gut. Oder mal speichern. Das ist so gut passiert. Das ist so gut passiert. Und das ist so gut passiert. Verlust. Ballteufel. So, schau, dass es sich gleich öffnet. Ach, ja, Ballteufel. Da kommt wahrscheinlich nicht die übrigen Sekunde der Konstrukte. Ballteufel, Ballteufel, wahrscheinlich nicht. Replikte. Ballteufel. Ich sammelte Bären. Es geht immer um die Jahreszeit. Und da webten plötzlich die Bäume. Und ich sah dieses Ding. Fragment der Erzählung einer Frau, die aus dem Wald zurückkehrte. Ballteufel ist eine gute Art. Jeder Monster, die als Waldschrater bekannt sind. Man findet sie in schwer zugänglichen Waldbezirken mit wenigen menschlichen Betriebs. Normalerweise greifen sie nicht unprovoziert an. Doch wenn man ihnen zusätzlich hat, sie furchtig werden und Schaden anrichten. Der mit kräftigen Kräften entspricht. Die Garantie ist größer als der von tausend Hochzeitskästen. Da kenne ich auch noch. Ballteufel, die bieten über bestimmte Pflanzen und sind untrennbar mit dem Verbund. Wenn sich jemand an solchen Pflanzen vergreift, kriegt er es häufig mit dem Ballteufel. Und wie ein Ort, der belebt wird, habe ich jetzt gar nicht gehört. Ich habe mich direkt aus der Hand gestürzt. Das sieht immer so schön aus, nicht wahr? Das Weingut könnte jetzt auch uns gehören. Gefahr gebannt, die Bevölkerung... ...geht es zu den Glöcknerinnen wiederblitzen. Die Mädels können mich gar nicht erwarten. Ach ja, die Glöcknerin ist ja das Bordell, haben wir schon gehört. Da müssen wir auch mal hin und gucken, was da so los ist. Was ist denn hier los? Ah, der Aufsicht. Da sind ein Steckpferd. Frau, Mainz. Du bist gekommen, hast gesehen und geholfen. Sehr gerne geschehen. Und genau so war es auch. Wenig wie helfen. Der Schreiber, ein Arbeiter, dem gehört das gute Haus. Gehen wir hier vielleicht noch eine Aufgabe und eine Quest oder irgendwas? Ich sehe hier Arbeiter, aber ich sehe keinen Besitzer vom Weingut. Und ich kann gegen die Tür laufen. Das ist großartig. Das ist großartig. Ich kriege die Tür. Wir schauen jetzt.